So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, bzw. wir haben eine kleine Infofolge für euch vorbereitet und verpackt und gleichzeitig auch was richtig Besonderes, wo ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr weiß, was ich davon halten soll oder nicht, aber wir gehen erstmal hier drauf, ich möchte nämlich nochmal darauf hinweisen, heute seit 10 Uhr ist das nächste Event gestartet hier mit Nasknet Shiny auch auffindbar. Ihr könnt also Nasknet Shiny bekommen, könnt das brüten, könnt das Wild fangen, könnt das aus dem Rauch bekommen, könnt das aus Eiern brüten, aus Raids bekommen, ich habe jetzt 10 mal Eier gesagt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Nasknet hier, neue Spezialforschung ist gleichzeitig auch da, könnt ihr machen, im Heute-Tab gibt es noch eine Forschung. Dann ist was angekündigt noch für Sonntag, das ist schon diesen Sonntag, Sonntag der 14. März, ein Rauchtag, ja, mit Tarnel und weiteren Psycho-Stahl-Pokémon. Wer Rauchtage bisher kennt, der weiß, das wechselt sich dann immer ab, immer eine Stunde so, hier 11 bis 12 Uhr, Psycho-Pokémon, 12 bis 13 Stahl, dann wieder Psycho, dann Stahl, dann Psycho und dann Stahl, nochmal von 16 bis 17 Uhr, also insgesamt wie beim C-Day sind es 6 Stunden, 11 bis 17 Uhr. Es fängt mit Psycho an, es endet mit Stahl, je nachdem kommen halt immer verschiedene Pokémon, hier wird aufgelistet zum Beispiel bei Psycho, Natu, Girafarig, Mediti, Pupanz und Somnium und bei Stahl, Alola, Dicta, Magnetilo, Stolunior, Bronzel und Schilderus. Wenn ihr davon noch was braucht, Bonbons sammeln wollt, irgendwas hin und her, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob wir den Rauchtag streamen oder ob wir Raids für Zuschauer machen und dass ihr während ihr raucht zusätzlich, ähm, während ihr raucht zusätzlich dann zu einem Raid mal eingeladen werdet, um da Abwechslung reinzubringen, wäre für euch vielleicht ganz chillig. Ich könnte den Rauchtag dann wahrscheinlich sozusagen wieder nicht spielen, wenn ich mich für Raids für Zuschauer entscheide, aber erstmal gucken, das ist noch nicht ganz raus. Außerdem, Tarnel wird durch Rauch angelockt, wenn man dessen Entwicklung Methang während dem Event zum Metagross weiterentwickelt, kann es die exklusive Community Day Attacke Sternenheber lernen. Also, Methang, Metagross, Tarnel, richtig heftiges Pokémon, gönnt euch auf jeden Fall die C-Day Attacke Sternenheber, ist einfach das Beste, was das Pokémon haben kann. Tarnel wird also der Star von diesem Tag sein, wird also wohl permanent da sein und zusätzlich je nach Stunde eben diese anderen Pokémon. Wir hatten den Rauchtag ja schon in anderen Konstellationen, alles dabei. Jetzt aber das, um was es eigentlich geht. Okay, in einem Stream wurde mir das schon gesagt, dann habe ich diverse Nachrichten bekommen von verschiedenen Leuten, die immer gesagt haben, hey, guck mal, du wurdest bei meinen MMO erwähnt, ey, guck mal, oh, Ramses, guck mal, da steht der Name, Ramses hier, Ramses da. Ich habe mir den Beitrag dann mal angeschaut. Nach kurzer Zeit sind mir dann Kommentare aufgefallen, ja. Da kamen dann wieder ein paar Hohlnüsse, die haben dann ein bisschen da drunter rumgehatet und rumgestichelt. Und weil da drunter rumgehatet und rumgestichelt wurde, hat der Noah, der Verfasser von dem Beitrag, plötzlich den Text geändert, der bei mir stand, beziehungsweise hat noch was dazu gepackt. Ich fand vorher schon den Text jetzt nicht so optimal und jetzt wirkt halt alles einfach noch schlechter. Also, die fünf größten YouTuber zu Pokémon Go nach Abonnenten und zusätzlich der schlechteste YouTuber, nämlich ich, aufgelistet in einer Liste, das wollen wir uns jetzt aber mal kurz angucken. Ich weiß nicht, ob ihr mein MMO kennt. Ist ja, glaube ich, eigentlich was Großes, Brutales. Ich weiß es nicht. Ich bin ja in Telegram-Gruppen von gogames.net und von, wie heißt das andere Ding, Poggefans, ne, gogames und Poggefans, die zwei auf jeden Fall. Mein MMO kriege ich nix mit. Mein MMO sehe ich ab und zu mal, wenn der Noah in diversen Gruppen auf Facebook mal was teilt, einen Artikel oder so. Also, irgendwie gibt es viele Leute, die dann auch immer ankommen und ihn immer anfucken und immer sagen, äh, wen interessiert denn die Scheiße, postet deinen Dreck doch woanders hin. Aber das ist egal, wer. Postet der Dave, äh, Davello von gogames irgendwo was? Kommen die Hater und labern, äh, das interessiert doch keinen, das weiß doch eh schon jeder. Da postet der Noah einen Artikel von seinem Forum, Seite, irgendwas, irgendwo sind da auch Leute, die immer rumhaten und rummeckern. Also, eigentlich sitzen wir im gleichen Boot, dass egal, was man macht, egal, wie gut es ist, viele Leute einfach nur sinnlos haten und dumm rumlabern und Quatsch machen, ja. Ich habe auch oftmals, wenn ich was gesehen habe, Noah hat einen Artikel mal gepostet. Ich habe gesehen, einer hat geschrieben, wen interessiert denn der Scheiß? Habe ich auch drunter geschrieben, ja, ich finde es gut, weiter so, zack. Ich wusste nicht mal, um was es in dem Artikel geht. Ich habe mich mit dem Artikel meistens nicht mal befasst. Aber, dass jemand einfach was macht und dafür, dass er was macht, niedergemacht wird, das finde ich schrecklich, das finde ich einfach nur dumm. Und deswegen, die setzen sich dahin, die machen halt Artikel, äh, mal besser, mal schlechter. Gibt auch gespaltene Meinungen über mein MMO. Viele sagen, oh, mein MMO brauchst du gar nicht drauf hören, da steht immer nur Mist drin. Ich weiß es nicht, bisher habe ich eigentlich noch nie so extrem negative Sachen gesehen. Äh, Mein MMO deswegen, keine Ahnung. Gucken wir uns jetzt mal an. Hong hat, glaube ich, auch immer von Mein MMO oder dem Noah, hat er gesagt, der Kollege Noah, ne, hat er immer erzählt. Mein Kollege Noah, Noah, Noah hier, Noah da, ging es die ganze Zeit immer. Ah, Noah hat er auch wieder so, wer das noch kennt, Hong, ne. Und Hong, Hong ist auch ein kleiner Cheater, ihr wisst Bescheid. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, was ja eben keiner macht. Jetzt habt ihr hier also nen Artikel. Die 5 größten YouTuber zu Pokémon Go nach Abonnenten. Und dann gibt es wieder die Leute, die gar nicht durchlesen und sagen, boah, krass, Ramses, du bist einer der größten 5 YouTuber, Glückwunsch, äh. Weil die nicht lesen können. So, die 5 größten YouTuber. Ihr habt ja eigentlich Platzierungen. Platz 5, Spieletrend. Ihr kennt ihn alle, ne. Spieletrend, selbst Spieletrend, gibt es gespaltene Meinungen, haben wir auch wieder. Die einen sagen, Spieletrend ist langweilig, Spieletrend kann nix, Spieletrend, wenn mal gerade keine News veröffentlicht sind, gibt es auch kein Video von ihm, weil er eigentlich nichts anderes macht, als nur mal ne News nochmal vorzulesen. Und das war's. Und ansonsten hat er keinen Inhalt, hat keine Videos, hat kein gar nichts. Ich hab ja schon oft gesagt, mir fehlt manchmal einfach der Live-Aspekt, was ich bei Hong oder bei Julian hatte. Dass die eben in ihrer Stadt unterwegs sind, mit Kamera, live vor Ort. Die machen da einen Raid, die spielen da was, filmen das, du siehst das dabei, das ist so richtig mitten im Geschehen, du siehst die Umgebung, alles. Das hat mir sehr gut gefallen. Spieletrend war schon immer eigentlich eher dann der Informative, der halt als Neyendik-Partner alles aus erster Hand erfährt, schon sein Video vorbereiten kann. Und sobald Neyendik offiziell 22 Uhr auf Twitter was postet, kann er sozusagen zeitgleich 22 Uhr sein Video raushauen und alle, boah, Spieletrend war wieder mal der Erste, der das gesagt hat. Ja, er kriegt ja auch die Infos, um sich da vorzubereiten, deswegen. Das ist in dem Sinne keine große Kunst. Trotzdem verpackt er seine Videos schön, die haben immer gute Qualität, das ist angenehm zuzuhören, ja, er kriegt was geboten, auch fürs Auge. Ist doch vollkommen okay. Denn genauso viele Leute, die es gibt, wo sie sagen, ja, Spieletrend, äh, voll langweilig, äh, sinnlos. Gibt es halt Leute, die sagen, Spieletrend ist der Beste. Ja, Schillig, ich will ein Kind von dir. Es gibt einfach alles, es gibt so viel überall. Jetzt wollte ich aber die anderen vier Plätze, Platz 5, Spieletrend. Platz 4, BisaFanTV. Ach, Reversal steht ja da. Sieht aber so aus, oder? Platz 4, Reversal. Reversal habe ich jetzt eigentlich nicht so großartig im Blick. 379.000 Abonnenten, okay. Was steht hier eigentlich? 356.000, aha, danach gehen die. Also, Reversal, 379.000 Abonnenten, BisaFloor. Reversal, ja, da wisst ihr Bescheid. Platz 3, BrentenTan mit 422.000 Abonnenten. Muss ich sagen, BrentenTan sehe ich häufiger als Reversal und Spieletrend zusammen, weil der ist live im Geschehen und der ist einfach ein richtig Hardcore-Suchti-Spieler und für mich ist er persönlich Platz 1. Wen haben wir aber noch? 422.000, wir haben auf Platz 2 Trainer-Tipps. Der hier aussieht wie ein Hund, ein Chihuahua. Ich meine, ich sehe aus wie ein Rollmops. Aber trotzdem, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht das beste Bild, sage ich jetzt mal dazu. Es sieht ein bisschen fertig aus mit der Welt. Wahrscheinlich der Erfolg, der Erfolg nagt und zerrt und keine Ahnung. Ist bei 971.000 Abonnenten. Sehr cool, der hat ja auch eine enge Bindung mit BrentenTan. Da habe ich auch mal geguckt, das BrentenTan-Video, wo er ihm da so viel gespendet hat und alles. War auf jeden Fall sehr cool. Nebenbei DJ-t er hier noch da rum an seinem Geburtstagstream. Sind auf jeden Fall coole Ideen gewesen. So, Platz 2 also Trainer-Tipps. Ansonsten gucke ich Trainer-Tipps eigentlich nie. Und Platz 1. Der nervigste von allen, heißt auch Brenten, ne? Jeder, der Erfolg hat, heißt Brenten. Der ist jetzt bei 2,08 Millionen Abonnenten. Sieht ein bisschen aus wie der Punisher, ne? Als Jugendlicher. Aber ist mir irgendwie ein bisschen too much. Da gucke ich lieber BrentenTan. Und dann kommt er ins Video reingehüpft. Also BrentenTan, für mich die Nummer 1. Aber auch sehr schlechtes Foto. Das gibt so... Nehmt doch ein schönes Foto einfach und setzt das in Szene, wenn ihr den schon so zeigt. Guckt mal hier, BrentenTan. Vor 70 Jahren sah er noch so aus. Da war er noch jung. Aber auf jeden Fall, um was ging's denn eigentlich? Weil eigentlich soll's ja um mich gehen. Ah, 11 Minuten. Gut, 8 Minuten sind gestreckt. Perfekt. Spiele-Trend. Deutschsprachig. Hey, Österreich, Hauptstadt Wien. 356.000 Abonnenten. Das ist das beliebteste Video. Erster Spieler erreicht Level 40 mit Fake-GPS-Hacks und Cheats. Der macht Videos über mich? Hm? Das ist aber sehr interessant und das ist das meistgeklickteste Video. Oh mein Gott. Und gab es Leute, die gesagt haben, scheiß Cheater, äh, so ein... Der hat das halt einfach gemacht und geguckt und zack und dann war's das so. Kann man doch mal machen. Ist manchmal ganz interessant so. Auf jeden Fall, ja, er hat da ein Video drüber gemacht. Ansonsten, jetzt, aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, hat's mich ein bisschen aufgeregt. Ja, da hab ich mich gekränkt gefühlt in meinem Ego. Denn hier steht dabei, welche deutschsprachigen Alternativen gibt es? Es gibt einige kleinere Kanäle zu Pokémon Go, die euch deutschsprachigen Content liefern. Dazu zählen unter anderem... Sabrina spielt. Grüße gehen raus. Chaos, Lady. Keine Grüße gehen raus. Seit der Debatte mit BisaFanTV, äh... Sehe ich sie in keinem guten Licht. Und Rams ist der Dicke. Und jetzt auf einmal hab ich den meisten Text hier. Denn eigentlich hatte ich nur einen Satz. Jetzt hab ich natürlich noch einen zweiten. Wegen den bösen Kommentaren, die sie beschwert haben. Aber wenn ich sehe... Was steht denn bei Sabrina Spiel? Sabrina Spiel zeigt oft Livestreams. Und interagiert viel mit ihren Zuschauern. Denselben Satz hätte man bei mir auch schreiben können. Ich zeig doch auch oft Livestreams. Theoretisch streame ich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag. Meistens auch Freitags. Und dann am Samstag und am Sonntag. Das heißt, eigentlich streame ich jeden Tag. Letzte Zeit hab ich versucht, Freitag mal wegzulassen. Pupsi zuliebe, dass wir Zeit haben. Obwohl sie meistens nicht will, dass ich Zeit hab. Weil sie ihre Sendung gucken will und sagt, du kannst ja so lange streamen. Also eigentlich streame ich sieben Tage die Woche im Normalfall. Bei Sabrina weiß ich jetzt gar nicht. Sabrina weiß ich, sie streamt auf jeden Fall am Dienstag immer die Spotlightstunde. Sie streamt immer, wenn ein C-Day ist. C-Day ist aber nur einmal im Monat. Also ich finde, so viele Streams an sich macht Sabrina gar nicht. Es wird aber hier als ihr Steckenpferd ausgeschrieben und zeigt oft Livestreams. Bei mir steht sowas nicht. Obwohl ich eigentlich sieben Tage die Woche streame. Und interagiert viel mit ihren Zuschauern. Bei mir steht sowas nicht. Obwohl ich oft eigentlich dafür gelobt werde, dass ich so zuschauernah bin. Und dass ich so Community nah bin. Und dass ich mir wirklich die Zeit nehme und wirklich so viel interagiere und mache und tue. Und naja, okay. Chaos Lady gibt viele Tipps zum Spiel und geht regelmäßig live. Beispielsweise bei Raid Stunden. Sie geht regelmäßig live. Das heißt, das ist ja schon weniger als oft. Oft Livestreams und dann regelmäßig live. Oder ist das mehr in Relation? Bei Chaos Lady weiß ich zum Beispiel gar nichts. Chaos Lady glaube ich, ja. Die ist mittwochs, glaube ich, wenn Raid Stunde ist, mal live. Aber die sitzt halt einfach nur da und schläft. Während die Zuschauer sich gegenseitig verabreden und einladen. Ich habe aus der Raid Stunde ein besonderes Format gemacht mit Raid Mania. Wo man auch Punkte auf der Raid Mania Top List sammeln kann und sonst was hin und her, wo es um mich geht. Aber ihr teilnehmen könnt und für euch gibt es ja dann Raids für Zuschauer. Ist für sie halt nicht möglich in dem Rahmen. Aber trotzdem, man gibt auch was zurück. Man macht viel. Aber bei ihr werden auch wieder die Livestreams erwähnt. Und dass sie viele Tipps zum Spiel gibt. Gebe ich etwa keine Tipps? Ich gebe doch auch Tipps. Ich stehe Frage und Antwort die ganze Zeit. Jeder kann da gucken, machen, tun. Der Ramses immer. Oh, danke Ramses. Danke hier, danke da. Meine Mods, auch Crème de la Crème, die sind immer da. Die wissen das, was ich weiß und noch viel mehr. Meistens müssen sie auch alles wissen, weil ich nichts weiß. Aber auf jeden Fall sehr gut. Zeigt auf Livestreams. Energiert mit Zuschauern. Und hier viele Tipps zum Spiel. Regelmäßig Livestreams. Was stand bei mir einfach nur. Zeigt oftmals Fortschritte bei seinem Account. Und gibt seine Meinung zu Events auf. Irgendwie klingt das schon so richtig. Ich zeige oftmals Fortschritte bei meinem Account. Ich bin so oft draußen und mache Community Raids. Wenn der neue Raid Boss da ist, bin ich live an der Arena. Ich spiele direkt vor Ort den ersten Raid Boss. Ich zeige die Conda, gebe Tipps dazu. Nehme zehn Leute mit. Bam, bam, bam. Chaos Lady macht vielleicht Nutzbarkeit und Conda. Und dann ist halt da so ein trockenes Video da. Aber ich stehe da und ich mache da. Raid am Mittwoch. Zuschauer-Einsendungen. Community-nah. Interagieren mit Zuschauern. Eure Sachen. Bam. Zack. Nix. Nix erwähnt. Weder das, noch das, noch hin und her. Community Days, wo ich drei bis sechs Stunden im Kreis gelaufen bin. Mit Kamera. Andere Leute dabei. Wir die besten Fänge zusammengeschnitten haben. Alles. Best of Video. Raid Days. Best of Video. Unterwegs auf Tour. Best hin und her. Eigentlich zeige ich ja nur den Fortschritt bei meinem Account. Guck mal, bin jetzt 50. Tschüss. Gerade wenn eine neue Forschung da ist, wurde ich auch von Julchen letztens wieder gelobt. Darauf hat sie schon lange wieder gewaddelt. Sie hat das so vermisst. Immer wenn eine Forschung da war und man ist rausgegangen und man hat gesehen, so, Kapitel eins. Und dann ist man los und hat als Video Kapitel eins gelöst. Und hat Kapitel eins als Video hochgeladen. Detailliert. Hat Kapitel zwei die Forschung abgeschlossen. Hat das hochgeladen als Video auf dem Weg, was man alles machen muss, um Kapitel zwei fertig zu kriegen. Detailliert. Mit Tipps zum Spiel. Mit allem drum und dran. Während meine Kollegen die Forschung vielleicht für sich abgeschlossen haben und haben dann am Ende eine Zusammenfassung gemacht. So. Also die Forschung habe ich abgeschlossen. Das, das und das habe ich aus der Forschung bekommen. Zack. Das war nicht so detailliert wie ich. Das hat den Zuschauern in dem Fall dort gereicht. Aber das ist nicht mein Stil. Ich wollte halt mehr zeigen. Und eher wie so ein, ja, wie, wo, was. Trotzdem, ich zeige ja nur die Fortschritte auf meinem Account. Eigentlich habe ich viel, viel mehr. Und ich denke mal, Noah wird jetzt nicht so großartig sich mit meinem YouTube-Kanal beschäftigt haben. Deswegen, es wäre schön gewesen, wenn man da etwas ein bisschen mehr nachrecherchiert hätte. Damit man das alles sieht. Oder er wusste einfach nicht, ja, was schreibe ich bei ihm? Ich kann ja nicht dasselbe nochmal schreiben wie bei den zwei anderen. Also das ist ein bisschen Kritik vielleicht von meiner Seite. Dass das halt so abgedroschen wirkt. Zeigt oftmals Fortschritte bei seinem Account und gibt seine Meinung zu den Events im Pokémon Go ab. Andere, die lesen halt blind einfach nur vor. Morgen startet das Event, da könnt ihr das bekommen. Nächste Woche gibt es dann das und dann gibt es das. Das waren alle Events. Und ich sitze da und sage, so, ihr wisst ja alle, morgen startet das. Schilling hat ja sowieso ein Video gemacht, ihr wisst Bescheid. So, ist das eigentlich gut? Ist das schlecht? Bäm. Wir gehen direkt nochmal explizit darauf ein. Ich frage euch, auf was ihr euch am meisten freut. Wir gucken, gab es das schon mal? Ist das neu? Oder ist das wirklich sinnvoll? Oder Dings? Wir nehmen uns die Sache richtig an. Und das war alles. Es ist nur dieser, nur das bisschen stand da. Zeigt oftmals Fortschritte bei seinem Account, gibt seine Meinung zu den Events im Pokémon Go ab. Mehr stand da nicht. Und dann gab es Kommentare. Und in den Kommentaren gab es natürlich die Leute, die geschrieben haben, Ramses, es ist ein Spoofer. Wegen ihm kriege ich nie wieder Coins. Ich weiß nicht mal, wer das ist oder wo der wohnt. Ich war noch nie bei der Arena von demjenigen. Aber ich bin schuld, dass die anderen ihre Coins nicht kriegen. Obwohl ich ja eigentlich nur dafür sorge, dass jeder aus meiner Liste jeden Abend ein Päckchen bekommt, ein Geschenk. Und jeden Abend meine 100 Päckchen verteile. Und ansonsten habe ich bei Mewtwo versucht, viel zu raten, weil ich ein Hunderter wollte. Aber da haben andere ja wahrscheinlich wieder einen Nachteil dadurch. Wenn ich mehr Rates mache als die, haben die einen Nachteil. Weil die bekommen dann keinen Hunderter, wenn die keine Rates machen. Und ich, weil ich ja... Das ist auf jeden Fall dann meine Schuld. Keine Ahnung. Oder jemand hat darunter geschrieben, man sollte schon dazu schreiben, dass Ramses cheatet und so. Und er hat dann geschrieben, okay, wird ergänzt. Und schon steht der nächste Satz mit da. Er kommt in der Community allerdings zwiegespalten an, da er in seinen Videos teilweise GPS-Cheats verwendet. Also, in der Community, die ich mir aufbaue, komme ich eigentlich sehr gut an. Und in der Community, die ich mir aufbaue, sind zwar auch oft jüngere Zuschauer dabei, aber der Großteil, der sich wirklich mit mir und meiner Community beschäftigt, sieht eigentlich, dass der Altersdurchschnitt bei uns relativ hoch ist. Das sind keine kleinen, dummen Kinder, die nur Mist bauen. Warum? Das sind auch Kinder, aber hauptsächlich eigentlich erwachsene Leute mit Verstand, die gerne einschalten, die gerne auch einfach mal ein Gespräch suchen, die eine Frage stellen, die gerne zuschauen, die sich unterhalten fühlen. Unterhaltung, amüsant, Spaß. Das steht im Vordergrund bei mir auf dem Kanal. Eine gemütliche Atmosphäre. Also, in der Community zwiegespalten. Diejenigen, die wirklich am meisten schreien, Cheater, Cheater, Spoofer, Spoofer, die haben wahrscheinlich noch nicht ein Video wirklich von mir geguckt oder mal geguckt, was ich wirklich mache und wie ich was mache. Die kommen einfach, erst wird rumgeschrien, ohne drüber nachzudenken, keine Ahnung. Wer wirklich mit meinem Kanal sich beschäftigt, der sagt auch so oft, auch, mir ist es egal, ob das jetzt so oder so, Ramses ist trotzdem Ehrenmann, Ramses ist bester Mann, Ramses ist super Sache, mach weiter so, wir wünschen dir Erfolg, wir drücken dir die Daumen. Man kann es natürlich nicht jedem recht machen, ich sage auch nicht, dass die Leute es gut finden sollen, dass man spooft oder irgendwas. Es hat alles seine Gründe, es war alles mal anders, ich versuche es immer noch anders zu handhaben, aber in manchen Fällen muss man darauf zurückgreifen, wenn man überhaupt das Spiel spielen möchte. Und ich möchte mir nicht die Möglichkeit nehmen lassen, das zu spielen, weil dafür habe ich zu viel Geld und zu viel Zeit reingesteckt, als dass ich es jetzt wegen einer fehlenden Community vor Ort oder wegen Corona einfach links liegen lasse und alles umsonst war bisher. So, das war eigentlich meine Meinung dazu. Bin mal gespannt, vielleicht guckt der Noah sicher das Video an und schreibt einen netten Kommentar drunter. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an Noah. Ich finde es immer noch trotzdem toll, dass ich überhaupt bei dem Artikel erwähnt wurde, auch wenn es alles gerade einen herben Beigeschmack hat, dass das hier so ein bisschen stumpf klingt und jetzt das noch ergänzt wurde und ich jetzt das meiste hier stehen habe, aber irgendwie dann auch mit der schlechtesten Publicity. Aber ich kann mich ja nicht beschweren, wenn ich ein kleiner Cheater bin, der euch das Spiel kaputt macht, absichtlich, dann brauche ich ja jetzt nicht rumheulen. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und heute Abend ist eigentlich noch die Spotlightstunde, aber ich kriege dann gleich Besuch. Ja, mal gucken, ob ich das alles unter einen Hut kriege. Und eigentlich müsste ich auch die Forschung noch machen, aber eigentlich wollte ich noch ein Video mit dem Besuch drehen. Da sind wir live draußen vor Ort und machen die Forschung mit Video hier bei uns ohne Cheaten. Stellt euch das vor. Aber selbst bei einem Video, wo ich vor Ort stehe und da Sachen mache und zeige und Tipps gebe, kommen die Leute und schreiben drunter, Cheater, Cheater, Cheater. Also manchmal haben die Leute echt die Hohlenüsse. Ich sage es nur. Das war es jetzt von meiner Seite. Hashtag Hohlenuss. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.